Donau 3FM Hallo Fangemeinde! Hallo! Ihr die drei übrig gebliebenen. Hier ist wieder eure Donau-3FM-Flimmerkiste mit Hanno Oestlin und Felix. Ja und heute die wunderbare Christmas Special Ausgabe Jingle Bells! Dazu gibt es tolle Sachen zu gewinnen. Und zwar gibt es einmal für euch das Original Bo und der Weihnachtsstern Malset und Ausstecherle Hier mit Original Crayon Wachsmalstiften Oben Wasserfarben einem Radierer, Bleistift und einem Spitzer und das Bo und der Weihnachtsstern Ausstecherle Set mit Klöckchen Männchen, Sternchen und was sonst noch alles so dazugehört. Und heute auch noch zu gewinnen Die Original Trolls DVD Wo hat mein Telefon? Meine Frau Hallo, wir nehmen grad die Flimmerkiste auf. Das hat sie aufgelegt. Wie kommen Leute an die Geschenke? Ihr müsst uns jetzt einfach schreiben an unsere berühmte, oft genutzte und völlig überlaufende E-Mail-Adresse flimmerkiste-at-donau-3fm.de Wir wünschen euch Merry Christmas and a very, very happy New Year! Fallt nicht hin, viele Geschenke und esst nicht so viel Fleisch. Achso, ja Ich denke auch so geht's. Ich denke auch so und es ist ein Drei 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 Drei